Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017